Musik Kommt drauf an Worauf genau Also er müsste eigentlich Ich glaube der Dungeon davor müsste es sein Glaube ich Kann mich aber auch irren Mein Herrenhaus kommt später Glaube ich Ich glaube das hier müsste es sein Weil da waren wir noch nicht Also war er noch nicht drin Das hier haben wir alles sogar schon gemacht Okay das hier dauert noch Ich meine das hier müsste es sein Kann mich daran gar nicht mehr Großartig dran erinnern War das das Ding Wo irgendwann dieses Schleim Wo der Schleim auf dem Boden war Was das? Ich weiß es nicht mehr Jetzt auch sagen Wenn man sich 30 ist Wenn man Todorak erreicht Ja er mit 31 müsste eigentlich Eigentlich müsste das dran kommen Wir werden es ja sehen Ich habe dann meine Heideaufgabe Äh Brauch gleich mal deine Meinung Für ein Gleim Okay Gerne Irgendwie finde ich das cool Oh Gott Immer noch komisch Das Auto Mod Ich habe gesperrt Ich habe das auch nicht eingestellt Ich weiß gar nicht wie oft ich das Wort Das Wort eigentlich Schon entsperrt habe Und das wird trotzdem jedes Mal wieder gesperrt Ich finde das richtig seltsam Ich weiß nicht woran das liegt Aber zum Glück fragt mich der Auto Mod Der Auto Mod fragt mich ja zum Glück immer Hier war der Auto Mod aus Ja ich habe das nur gemacht Bei Manchen Leuten Die halt diese Follower Werbung machen So willst du mehr Follower Und so weiter Dafür habe ich den Auto Mod an Da reagiert Stream Elements irgendwie nicht drauf Wenn du weißt im Englischen Eine Abbeleidung für Japaner sein soll Durchaus möglich Oder Wörter reinpacken Ja ich weiß Luna Da haben wir Oh Gott Kaya und ich haben Ich glaube drei ganze Listen voll mit Wörtern Die gesperrt sind Also Ja Aber wahrscheinlich werde ich dann einfach mal Den kompletten Satz reinpfeffern Die Idee Für die Werbung machen Dann kann ich den Auto Mod ausschalten Wie hat es damit seine Möglichkeit Aber das witzige war Der Auto Mod hat irgendwann auch mal Das Wort Baby gesperrt Ich weiß nicht was an dem Wort Baby So schlimm ist Aber für den Auto Mod war Baby Anscheinend sehr Ein sehr sehr schlimmes Wort Das ist ja Immer wieder lustig So kann die Kaya-Lage mal wieder kommen Wird hier kalt am Boden Ich muss ein bisschen Entscheide Das ist ja Ich muss das Das ist ja Ich muss das Ich muss das Ausprobieren Und das ist ja Und das ist ja Ich muss das Oder das Wort okay, also O-K-E, wurde auch schon gesperrt. Musste ich auch auf die normale Liste setzen, dass das ruhig geschrieben werden darf. Oder manche Smilies, die dann plötzlich... Einmal macht der Automatt ja, ist okay, und dann wiederum sagt er, nee, heute will ich das nicht. Heute ist das Ding durch. Wir sind immer so richtig willsam. Wir sind immer so richtig willsam. Und Kaya braucht Stunden. Der wundert sich, dass er nicht vorankommt. Okay. Das sieht mega cool aus. Das wird auch. Auch. Das sieht gut aus. Äh, Farbbrich passt auch. Oder Oberton. Weil ich ja Farbenlampen bin. Sieht gut aus. Also ich finde, es passt. Vor allem finde ich hier das Band einfach so toll. Ja, okay. Kaya läuft, redet aber nicht. Oh, ja. Entschuldigung. Weil, weißt du, hüpfst er rum, ne? Ja. Wie heißt seine Quest? Auf Täterons Spuren, Täterons Spuren, Täterons Spuren, keine Ahnung. Ah. 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 Ah, da. Ah, da. Ja, dann dauert es tatsächlich nicht mehr so lange, bis du da ne. Die nie. Die nie. Die nie. Mal nicht. In der ewigen Version heißt das. Komm' wir mal. Ja. Wir haben. Wir craw's schon wieder was haben. Du hast doch gerade jetzt was geholt. Ja, aber Luna hat mir schon wieder was anderes gezeigt. so richtig irgendwo hinfahren guck mal wie weit das ist eigentlich nicht so weit okay dann nicht wenn man den weg müsste naja mal schauen kann man sicherlich kaya sagt nichts ich guck was weil irgendwie ist mein schokobol symbol unten aus der leiste verschwunden weil sich da irgendwie alles verstellt hat ach so ja das ist normal glaube ich äh aha kaya steht vor der fähre zum bierhafen auch kaya teleportiert sich zum bierhafen ja das war in gridania genau das gleiche wo man zum ostwald schippern kann und was macht kaya teleportiert sich wer zu blöd ist zwei tasten zu drücken kaya redet heute nicht mehr mit mir glaube ich eventuell eventuell ich bin echt am überlegen wie ich hab nichts gemacht ich kann mir nächsten monat vielleicht eins dieser feine fantasy kuscheltiere aus dem shop zu holen also aus dem richtigen square shop mir hat mir da so viele geile sachen geschickt die man sich da kaufen kann ich brauche die sachen ich brauche die sachen jetzt kann ich ja immer deine hilfe gebrauchen glaube ich echt so wo musst du hin ich bin ich bin befreue ich bin bin ich bin es ist einsteigen das lasst mich der richtigen weg es freut mich dass sie mit dem samtpfoten airline beflogen sind oder noch fliegen wenn wir abstürzen diese versicherung zeit nicht ja hier ich muss jetzt mal nachgucken was ich mir jetzt nächsten monat event eventuell es steht doch nicht fest dass ich es wirklich kaufe ein bisschen sparen muss ich jetzt erst mal was ist das denn für ein ding also ich war überlegen tatsächlich die fette katze weil die fette katze ist einfach nur gotti ist geil ich brauche das fliege oder was auch noch auf der liste stand warte das war das war so ein wahlkorb hey dieser eine hut den sitze ich nicht auf einer stecke ist no way irgendwie will man jetzt oder was ich mir auch holen wollte weil es gerade reduziert ist das plüschkissen vom schokomoppel das schokomoppel plüschkissen das ist gerade um 40 prozent reduziert und das ist so niedlich es ist so niedlich es ist so flauschig ich will das haben oder was ich mir tatsächlich leisten könnte also es ist von 67 99 auf 40 79 reduziert was ich mir aber auch noch vorstellen könnte was ich mir nächstes monat holen was sogar preiswert ist ist der garfunkel in blau für 35 euro der garfunkel den will ich haben oder was auch noch auf der liste ok nee der war zu teuer warte mal der war es nicht ich muss das hier echt mal durchlubberieren äh war das das hier oh jetzt lädt sich das ding wieder tot wir sitzen hier bis morgen warte mal auf jeden fall seines davon so wo musst du hin was musst du tun ja ja was denn nichts ich würde nur einmal auf deinen namen sprechen ah aber ne eins davon wird mein maskottchen weil auf dauer fühlt sich mein mori etwas einsam kann mich jemand in der psychiatrie einweisen bitte ich habe ein ganz granweitiges problem wann hast du geburtstag im september im september habe ich geburtstag soo wo musst du hin geil die ganze in der nähe ja die ganze in der nähe ok chat sich mal chatst du und wieso denn luna du warst so dass ich hätte fliegen können ja warum lobe ich eigentlich mit ich kann fliegen für die blöde das war die quest mit dem schnurhahn von den jungtieren erhalten echt ja ja genau ah ok nee die mochte ich nicht du bist angegriffen hey was sehe ich ja ich wollte ja nur moralisch verweichern und so wieso ich merke es auch naja wieso kann ich mich darauf freuen dass ich mit dir eine daily laufen kann am dienstag warum werde eigentlich nicht angegriffen Ich denke mal am Dienstag. Oh Gott, irgendwas hat Luna vor. Ich spüre es. Ich muss aber langsam mal anfangen Geld zu machen. Nein, sag es mir doch nicht, Luna. Lass mir noch ein bisschen im Unklar. Sicher ist sicher. Außerdem mag ich es Rätsel. So ein bisschen. Jetzt in den nächsten Tagen hole ich mir nichts. Ich kann mir erst... Warte mal, wann kriege ich Geld? Ende nächster Woche, Anfang übernächste Woche. Also, kaufen kann ich mir zurzeit nichts. Wie gesagt, das geht erst, wenn ich Geld drauf habe. Das jetzt eben war... Das hatte ich noch übrig. Weil am... Oh Gott. 1.7. Zieht erstmal die GEZ ab. Für vier Monate oder fünf Monate. Und dafür muss ich das Geld erstmal auf dem Konto lassen. Und dann natürlich für alle anderen Rechnungen noch. Was auch so kommt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Brauchst du ein Taxi-Service-Unternehmen? Ja, warum nicht? Kannst du einsteigen? Das hättest du nicht markieren brauchen. Und in dem Weg... Okay. Hallo, Leute. Hallo, waltest du mal? Ja, ich dachte, du wärst schon drin. So nach einer Viertelstunde sollte... Sollte sich meine ja wohl drinsitzen. Unglaublich. Ich bin ein Draco und ich muss meinen eigenen Drachen reiten. Ja, ich hab keinen Drachen. Ich hätt auch gerne einen. Ich hätt gern so vieles. Ist mir aber noch nicht vergönnt. Dafür muss ich ein bisschen farm. Du kannst übrigens mit... Y... Kannst du aussteigen. Hm. Okay. Ja. Sehr gut. Am geilsten ist das Unterteil hiervon. Was? Dafür hab ich die... Dafür ist das Arsenal. Dafür ist auch das... Ich brauch Platz, ey. Ich brauch dringend Platz in meinem Arsenal. Ich will aber nichts rausgeben. Oh mein Gott. Luda hat sich selbst gekillt. Warum sollte man so etwas tun? Warte mal. Ja. Jetzt kann ich das ja endlich. Jetzt kann ich endlich Luna wieder beleben. Ich kann endlich mal nützlich sein. Meine arme dicke Katze. Da, 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 da. Mal dahin wäre nett. Bitte danke. Was? Einmal dahin wäre nett. Bitte danke. Achso. Achso. Warum? Warte mal. Das ist doch hier. Ey, wo ist denn das? Was, 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 was? Südwald. Was ist am nächsten? Warte. Hier. Äh. Oh Gott. Warte, zeig mir das gleich nochmal. Ja, ich glaub einfach, ich war da noch nicht, weil ich hatte keine Anfrage gekriegt. Ah, okay. Weiß er nicht. Warte, warte, da komm ich nochmal zurück. Alles gut. Nicht dramatisch. Ja, ich bin das so gewohnt, dass wir irgendwo schon gewesen sind. Okay, warte. Nein, da nicht. Äh. Bin gleich da. Ja. Ne, das kenn ich noch nicht, Luna. Ne. Ne, das kenn ich nicht. Sieht aber geil aus. Noch etwas, was ich haben will. Ne. Weiß ich, ob Luna mitfliegen will. Ich bin gerade die Frage, ob wir überhaupt richtig sind. Ach, das ist ja auch die falsche Map. Äh, du hockst da hinten. dahin ich dachte dass ich da hinkomme bis auf die hose kannst du erst spielen noch mehr stunden in diesem spiel ich komme über den see geflogen beziehungsweise wir gleich wirst du uns sehen wenn du in den himmel guckst ihre kutsche ist vorgefahren milord was habe ich die 3.000 spielstunden vor so wie bringt ich jetzt am da man nicht auch irgendwie von hier ich weiß dass wir da gewesen sind also bringen wir uns erst mal dahin 120 tage 4 stunden 49 minuten habe ich ohne afk zeit und ich habe gerade mal warte mal 277 stunden das einsteigen wieder ich brauchte schon mal zu ich weiß gar nicht so viele afk zeiten habe ich glaube ich gar nicht glaube ich habe tatsächlich fast passt immer mit vier subs schenkst ja auch etwas was ich erst nächste woche machen kann beziehungsweise nächsten monat ich brauche den schwarzen schokobo du darfst dann einmal gleich aufsteigen und ich einmal hier nehmen den materialisieren einfach mit y austral ja kannst du dich einmal harmonisieren und dann bringe ich dich weiter du hast schon am ersten tag gemacht du natürlich du luna ja bei mir ging es halt nicht wie gesagt ich bin halt ein bisschen bitte einsteigen ach sorry ich bin ein bisschen knapp bei kasse weil ich mir ein spiel für den für den 10. september vorgestellt habe wir sind am zielort angekommen wir bedanken uns dass sie mit ein daria airlines gefogen sind sehr nett von dir ich wüsste dass er da ineinander drin steht was machst du denn da eigentlich köln ach er ist das ok hier waren wir schon mal der schreibt mit seinem crush durchaus möglich auf jeden fall ja was denn unmöglich ist das doch nicht oder nein natürlich nicht warum setzt du mich denn in die richtung gut du w w w w w w w w w Hehehehe. Hm, hm. Hehehehe. Hehehehehe. Hehehehe. Oh. Was hast du denn? Hey, muss gleich mal ... Wie nervt mich hier gerade so eine kleine Schnarke. Hättest du eine Katze? Wäre die schon ganz schnell weg, diese Schnarke. Ja, das ... das weiß ich. Das wäre ein kleiner ... ein kleiner Snack. Mhm. So ... Oh. Noch kurz ... Gucken. Mit welcher Quest bist du gerade? Äh, Verräter in den eigenen Reihen. Hm. Oh, ich hab ... Die Plüche ist ja hier noch offen. Äh ... Oh, da. Oh, sehr gut. Ich glaube, da müssten nur noch zwei Quests sein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, sagt sie. Ja. Oh, ja, sagt sie. Ja. Ich, äh ... Das ist alles hier ... Direkt in der Umgebung. Ja. Wir ... Wir wissen. Wir schon hinter uns. Echt? Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, gleich ... Also bald müsste die eine in die kommen. Ein ... Ne, zwei Quests, glaube ich. Ungefähr. Pi mal Daumen. Was? Huch, nein. Ich bin echt tot. Das sieht aus, ey. Hier liegen zwei Mikote auf dem Boden, tot. Ah ne, hier ist nur noch eine. Oh ... Da. Oh ... Oh, Mann. Ah ... mRNA Cu, den Ming und Yang. Haha. Ah, sehr geil. Sehr, sehr geil. Hu ... Mhm. Kai rennt durch die Weltgeschichte, ja ich muss ja so noch zwei Dinger finden und ich habe dann ein Foto gemacht, wo er schwarz und ich weiß trug, sah echt aus wie Jung und Jung. Das stelle ich mir echt mega cool vor. Ja, meine fette Katze holt sie einfach auf die Seite. Das sieht aus, ey. Das ist ja so. Ja! Ja, ich bin ja so. Ja. Ja, ich bin ja so. Ja, ich bin ja so. Äh, ich bin verwirklich, du musst um 6 Uhr wieder raus. Oh, ja, dann leg dich's schlafen, Luna. Ich wünsch dir auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss jetzt einmal ganz kurz Kaya hier einsammeln. Huch, da ist Kaya. Ey. Naja, im Tierbericht erstatten. Bei dem Typi. Hat dir Schoko auf dem Tisch stehen, also wirklich. Ja, ich flieg in der Luft. Warte mal. Mist, das geht nicht. Schade. Haha. Ich bin der Schokobot am Tür. Aber sowas von. Ja, guck mal, wie perfekt ich hier stehe. Hallo? Achso, ja, du bist gerade in der Sequenz. Warte gleich. Na, der arme Hocker, ey. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Wo musst du hin? Brauchst du ein Taxi? Ja, warte. Weiß ich noch nicht. Moment. Nö, das ist jetzt... Hier ist das... So ein Suchgebiet wieder. Achso. Mit Laurentius sprechen. Ne, zum Glück hast du es ja gleich. Joa. Ja, Laurentius. Wo bist du denn? Dann machen wir die zwei Innis. Und danach muss wahrscheinlich K.O. sein. Dann habe ich dich K.O. eine ihn gerecht, dann. Verholt. Ach, Pappla, Pappla. Ja, doch, doch, doch. Ach, da ist der Typ. Ja, aber dann gehen wir die Punkte verloren und ich muss alleine da rein. Ne, ne, ne. Doch, doch, doch. Ne, wir gucken, wie die eine läuft. So, wo ist der jetzt hin? Okay, ein Feld weiter. Super. Oh, mein Handy ist gerade ausgegangen. Ach da, okay. Was, 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 was denn? Was, 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 was? Was? Ja. Ach du bist der. Was? Was? Was, 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 was? Was, 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 was. Was, 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 was? Oh, her. Das war's für heute. Ähm. Okay. Müsste dann eigentlich irgendwo hier sein. Ach ja. Eigentlich und irgendwo. Ach, da oben ist er. Okay, ich muss mich auch mal wieder aus der Gruppe schmeißen. Ach, war ja klar. Oh, ich bin hier in einem Loch. Ich weiß gar nicht, dass es hier so ein Loch gibt. Das ist ja cool. Ja, dann wird es bei dir wahrscheinlich noch dauern. Wahrscheinlich. Ich muss erstmal Logans los besiegen, schätze ich mal. Dann geh wieder einmal kurz ein Quest ab. Ja. 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 Dann geh mal kurz abgeben. Ja. Find ich da gut, der Leviathan. Ganz toll. Ja. 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 Ja.